Du Martin, wo warst denn du letzte Woche? Ich habe dich gar nicht beim Digi-Stammtisch gesehen. Ah ja, ich war auf Urlaub. Habe etwas Interessantes verpasst. Schön, da musst du mir dann die Fotos zeigen. Also, wenn du wissen willst, was wir letzte Woche gesprochen haben, kann ich dir gerne meine Notizen freigeben. Die habe ich in der Nextcloud. Ja, gerne natürlich. Hier ist meine E-Mail-Adresse und ich könnte meinen Dropbox-Links mit den Urlaubsfotos mit dir teilen. Ja, gerne. Martin und Katharina haben ihre Dateien in der Cloud gespeichert. Mit dem Begriff Cloud können viele nicht zu viel anfangen, aber die Namen einiger Cloud-Anbieter hat fast jeder schon einmal gehört. Dropbox, iCloud, OneDrive, Nextcloud oder Google Drive. Cloud steht eigentlich für Cloud Computing. Eine Cloud entsteht durch den Zusammenschluss von mehreren Servern und einer Software, die dies steuert. Das heißt, die hochgeladenen Dateien sind nicht auf einem lokalen Gerät, mit dem man die Datei hochlädt, gespeichert, sondern auf einem Server, auf irgendeinem, in der Cloud eben. Der Vorteil daran ist, dass die Cloud auch weiter funktioniert, wenn ein Server ausfällt. Denn andere Server übernehmen einfach die Aufgaben des ausgefallenen Servers. Die Eigenschaften von einem Cloud-Service sind Nutzung auf Abruf Ich kann jederzeit auf meine Dateien zugreifen Zugriff mit bekannten Technologien, wie dem Computer oder Smartphone Zusammenlegung von Ressourcen Viele Anwender, Anwenderinnen teilen sich die Server-Kapazitäten Ressourcenanpassung Die Ressourcen, die die Anwender, Anwenderinnen brauchen, können flexibel zur Verfügung gestellt werden Überwachung des Dienstes Innerhalb der Cloud kann gemessen werden, welche Server wie viele Ressourcen brauchen Und diese Nutzung kann optimiert werden Für die Nutzung eines Cloud-Dienstes braucht man meistens einen Account oder eine E-Mail-Adresse Ein großer Vorteil der Cloud ist, dass man Dateien einfach teilen oder anderen Personen Bearbeitungsrechte geben kann Danke für den Link, Martin! Aber ich glaube, das sind nicht deine Urlaubsfotos, oder? Oh nein, ich habe wohl den falschen Ordner mit dir geteilt Diese Cloud-Dienste haben zwar schon einige Vorteile, aber man muss höllisch aufpassen, was man mit wem teilt Du bekommst einen neuen Link